Guten Tag, herzlich willkommen bei der Praxis für Podologie und Fußpflege Eckstein. Bitte treten Sie ein. Mein Name ist Petra Eckstein. Ich bin Podologin, Heilpraktikerin und Therapeutin für Fußreflexzone-Massage. Ich bin hier im Hause die Seniorchefin und ich möchte unseren Juniorchef hiermit vorstellen. Mein Name ist Florian Eckstein. Ich bin Podologe und Wundexperte ICRE und zusammen mit meiner Mutter führen wir hier gemeinsam die Praxis für Podologie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen freundlichen und engagierten Podologen in Voll- oder auch Teilzeit, gerne auch in der Ausbildung. Was wir uns wünschen, wie ein gepflegtes Erscheinungsbild, Umgang mit Hygienemaßnahmen, freundlichen Umgang auch bei den Patienten. Was bieten wir Ihnen? Wir bieten zwei Geschäftsautos an, die auch zur privaten Nutzung genommen werden können. Wir haben bezahlte Fortbildungen für unsere Mitarbeiter. Wir bieten eine individuelle Arbeitszeit in einem familiären Umfeld und einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach der Probezeit. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Einblicke in unsere Praxis. Ich hoffe, wir haben das Interesse gewählt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch telefonisch oder per E-Mail bei uns meldet, um euch zu bewerben und freuen uns, von euch zu hören. Dankeschön!